Wir können Ihnen jetzt Verstärkung bringen. Wir haben den Bunker erhobert. Verstanden. Weiter zum Ladendock. Wir gehen jetzt ab. Verstärkung ist in Bereitschaft. Wir lauten Ihre Befehle. Bitte schwere Artillerie steht Ihnen zur Verfügung. Alter Fussball ist geladen. Feuer! Brauchen Sie mittelschwere Artillerie. Jawohl, wir sind unterwegs. Verstärkung ist bereit. Ertagen Sie uns einfach die Befehle. Jawohl, Sie sind unterwegs. Sind zu Koordinaten unterwegs. Erkrankungsfahrzeugen. Brauchen Sie viel. Wir sind jetzt unterwegs. Wir können jedes Ziel erreichen, Kommandant. Mobil Amort ist bereit, Kommandant. Sperrfeuer ist unterwegs. Wir decken das Gebiet mit Fuss vor. Weiter Fuss vor ist geladen. Sperrfeuer ist unterwegs. Das Ladendock ist gefallen. Dann geht's den Feierturm an. Weg von den Kasten! Erkrankung! 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 Ihre Einheit wurde vernichtet. Sie können Ihre Einheiten auf Anforderung absetzen. Einheiten sind zu Ihnen unterwegs. Seien Sie bereit. Auf dem Weg in das Gebiet, Kommandant. Wir stehen mit der Artillerie bereit. Wir rücken jetzt aus, Kommandant. Flagg verfügt. Fahrt sofort dort hin. Verteile ich den Luftraum da drüben. Befehl für die Fläche. Ihre Einheiten sind jetzt bei Linker Ordination. Wir fahren durch Handmarsch. Ihre Einheit wurde vernichtet. Bergungsfanse rückt auf dem Weg. Sind die Ziel auf Ihre Bodeneinheiten? Wir können Ihnen jetzt verstärken, Brüder. Wir rücken jetzt mit dem Flaggerschutz aus. Diese Einheit ist verloren. Hanse, Hanse rückt auf die Position. Brauchen Sie Feuerunterstützung? Kommandant? Ja. Ja. Wir decken das Gebiet mit Fuss vor ein. Wir decken das Ziel mit Fuss vor ein. Haben Feuerlösung erhalten? Haben Sie Wind zu Koordinaten unterwegs? Genau, da halten wir rücken aus. Wir haben den Feuerturm gesetzt. Sichert jetzt die Treibstoffreserven. Sie sind schon unterwegs, Sir. Wir haben den letzten Wegpunkt erreicht und sind jeden Moment da. Und Sie mitfahren los. Los jetzt. Können wir etwas für Sie... Wir reparieren unsere Fahrzeuge sofort. Wir reparieren das. Mobilermörse ist bereit, Kommandant. Tempo mit der Reparatur. Ihre Einheit wurde vernichtet. Weißer Fuss vor geladen. Ja, Kommandant, wir greifen an. Verstärkung ist in Bereitschaft. Wir lauten Ihre Befehler. Sie sind mit voller Wirkung. Haben Feuerlösung. Mobilermörse ist ungewählt. Ja, Kommandant, wir greifen an. Wir rücken jetzt aus, Kommandant. Auf dem Weg in das Gebiet, Kommandant. Artillerie braucht ein, wir sind getan. Auf zwei Koordinaten. Wir werden es nun gemacht. Brauch ins Verstärkung. Wir sind bereit. Diese Einheit ist verloren. Einstoffreserven gehören uns. Los, aus zu den Wohnblocks. 4 Juni, Artillerieangriff hat begonnen. Mittelschwere Artillerie steht in die Feuerunterstützung. Sie sind unterwegs. Wir decken das Ziel. Wir haben Feuerlösung erhalten. Jawohl, wir sind unterwegs. Ihr Union, Artillerieangriff hat ein bis großer Wirkung genau getroffen. Ende. Wir haben die Infanterie mit Sperrfeuer ermischt. Haben stark frei gar nicht. Befettung ist unterwegs. Sie sehen, Sie uns Koordinatordinaten erhalten. Feuer! Ja, Kommandant, wir greifen an. Wir laden auf die Koordinaten abgefeuert. Verstärkung ist an der Absatzzone eingetroffen. Ihr Union, zielen den Marsern auf die genannten Koordinaten. Ende. Ihre Einheit wurde vernichtet. Wir können Ihnen jetzt Verstärkung bringen. Reiser Phosphor ist geladen. Feuer! Wir decken das Ziel mit Phosphor ein. Haben letzten Wegpunkt erreicht und sind jeden Moment da. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Abbestätigung. Reiser Phosphor wurde gebrochen. Hier, Ghost. Bin bewaffnet und unterwegs. Jetzt ist die Sponserschlot. Dann geht es. Fahren zu der Position. Ihre Verstärkung ist jetzt auf dem Schlachtfeld. Der Gefahr kann Luft. Wir begeben uns jetzt dorthin. Geben Sie uns Koordinaten. Wir anreißen. Wir können jedes Ziel erreichen. Wir haben Feuerlöser gehalten. Weiter Phosphor, genau. Weiter Feuer! Schießen mit voller Wirkung. Brauchen Sie irgendwo ein... Fahren sofort dorthin! Noch drei Minuten. Sind zu Koordinaten unterwegs. Wir stehen mit der Artillerie bereit. Wir stehen mit der Flak bereit. Wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind auf Ihre roten Einheiten. Bewegung! Ihre Einheit ist tot. Wir kontrollieren die Bulldogs. Als nächstes ist der zweite Feuerturm dran. Brauchen Sie Verstärkung. Wir sind zur Seite. Die Wippelschwere Artillerie. Wir decken das Siebiet mit Phosphor ein. Malta, Phosphor ist geladen. Koordinaten erhalten. Feuer! Nichts mehr übrig von dem Flak. Ihre neuen Einheiten sind bei der Absetzzone eingetroffen. Wir rücken jetzt mit dem Flakgeschütz aus. Nehmen wir uns Koordinaten, die wir angreifen können. Macht das Gehandgriff läuft. Vorren Sie Feuer. Unterstützung. Flakgeschütz schießen. Die Gile gefunden. Ein Ratsch. Wir sind unterwegs. Wir fahren zu der Position. Wir sind unterwegs. Flakgeschütz. Jawohl, Kommandant. Wir sind unterwegs. Gepard ist unterwegs. Sind zu Koordinaten unterwegs. Das Geschütz rückt jetzt aus. Geben Sie uns Koordinaten, die wir angreifen können. Haben Feuerlösung erhalten. Der Gepard kann Luft verteilen. Wir sind jetzt unterwegs. Die Zielen auf uns. Wir rücken jetzt aus. Kommandant, wir sind unterwegs. Wir rücken jetzt aus. Greif den Bein an. Unter schwerem Beschuss. Diese Einheit ist verloren. Noch eine Minute. Haben Startfreigabe. Verstärkung ist unterwegs. Der zweite Feuerturm ist erledigt. Greif Sie jetzt bei den Typhoon Docks an. Kaffee-Narie-Sperrfeuer abgesetzt. Bleibt bis zum Ausschlag in den Kopf. Union Ende. Verstärkung ist an der Absetzzone eingeschrafen. Wir vergeben uns zu dieser Position. Jawohl, Kommandant. Wir sind unterwegs. Union meldet. Haben Feinde durch schwere Sperrfeuer ausgeschaltet? Ende. Gepard rückt aus. Zu dieser Position begeben. Jawohl, Kommandant. Wir können Ihre Einheiten auf Oncorderung aufsetzen. Kommandant, wir sind unterwegs. Zielen mit Geschütze. Zu dieser Position begeben. Zielen und angreifen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Reif start! Typhoon Docks gesichert. Wir fallen für sicher geben. Kaffee-Narie-Sperrfeuer abgesetzt.